So meine Lieben, da sind wir wieder, ich mähe hier schon seit einer Stunde, also ich fahre schon seit einer Stunde im Kreis, aber jetzt möchte ich euch mal wieder ein bisschen mitnehmen. Wir machen eigentlich schon nichts anderes, im Moment haben wir die noch alleine, wir können da noch kurz schauen, was... Was die Ballen sagen, wie viel Prozent sie haben. Ja, ich werde jetzt diesen Hanger mal fertig mähen, dann werde ich unten weiter mähen. Aber zuerst unten und dann den Hang, oder es ist wurscht, ich kann einfach weiter unten fahren, wenn ich jetzt das Gupfel katscht. Ja, Ziel ist es natürlich heute, so viele Ballen wie möglich rauszubekommen. Am nächsten Mal sollten wir uns auf jeden Fall dann schon ein zweites Mähwerk kaufen können. Ich fahre jetzt übrigens Kerzengrat da runter. Ja, wir fahren Runden, warte. Gekupft, wie katscht. Einzige, was wir machen, wir werden jetzt da wirklich rüber gehen. Das ist jetzt schon ein paar Ballen wirklich gemacht. Hm, 54, 81, 80 Prozent. Gleich geht es sich tatsächlich aus, bis der liebe Fanggeber kommt. Einzige, was wir machen schon ein paar Mal. Ja. Ich habe etwas, was wir machen, wir machen jetzt noch ein paar Mal. Und dann fliegt das über die Fische und wir machen. Und ich habe das nach unten. Okay, so ein paar bisschen, weil wir das sind. Wir machen uns wieder ein paar Mal. Wir machen uns wieder. Nunskunnen. Wir machen uns wieder. Das ist nur ein paar Mal. Wir machen uns wieder. Und wir machen das übernyeifelt. ein zweites Mähwerk zu kaufen, weil ich glaube, wenn ich denke, okay, ich tue schon eine Stunde mähen, aber wenn er ein zweiter mähen würde, bumm, ist der Narzel, dann hätten wir, glaube ich, dann tun wir vielleicht auch einen Tag mähen und den zweiten Tag dann pressen, weil ich glaube, es wäre um einiges effektiver und es ist trotzdem schon, finde ich, enorm, was wir da jetzt schon gemacht haben. Dann kommen wir uns ein Ziel über ein Stück näher. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 An den unteren Teil Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Okay. Es läuft aber ganz gut. Vielen Dank. 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 ... 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 Keine neue Angebote? Okay. Stehen geblieben? 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 Vielen Dank. 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 Grün, oder? So. 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 Ja, natürlich wird diese auch immer kleiner dann die Runde, das heißt wir legen das dann noch schnell zusammen, das wird eigentlich sehr super sogar. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.